Ich liebe immer dieses Filmfestival. Als ich dann heute Morgen um sechs bin ich schon aufgewacht, hier runter geschaut habe auf den roten Teppich und habe gesehen, aha, es wird der neue rote Teppich verlegt. Es ist Halbzeit. Ich habe nie in Berlin gearbeitet, ich habe nie in Berlin gearbeitet, aber ich werde nie in Berlin gearbeitet. Ich habe hier angefangen, in 1982 oder 2003, und seitdem habe ich dann viele Mal mit vielen verschiedenen Filmen gearbeitet. So, ich habe eine lange Geschichte mit dem Festivall. Ich denke, es war sehr bewegend, zu sehen, dass der Teppich. Und ich denke, die ganze Publikum, die letzte Nacht, haben die gleichen Emotionen. Sie standen und applaudieren, sehr stark. Und es war sehr bewegend. Das ist ein Filmfestival, wo man den Berliner Bär gewinnen kann. Ich finde es schön, dass die Leute sich darüber freuen. Die Filme sind schön. Ich bin richtig aufgeregt, wenn ich die Limousine oder sowas sehe. Ich bin sehr froh, dass die Leute, die in der Film gemacht haben, haben einen unglaublicheren Job gemacht. Ich bin ein Berliner und diese zehn Tage kommt alle Welt zu uns zu Besuch. Ich liebe die Berlinale. Ich bin hier vorhin. Ich liebe Berlin. Ich habe Filme in der Stadt gemacht. Ich fühle mich bei Hause. Ich bin professionelle Gen molta, die dort Handvolleier hat. Ich liebe Ready. Ich liebe sinon. veisist Zwerger und egal. Ich liebe Berlin. Ich liebe Europa, wenn ich eine Wille Zeitologists Ari resilienten schön weiß. Ich biniovann. Vielen Dank.